Das war keiner mehr aus dem Endsee-Journal, nur noch auf das Kamerabild. Ne, ich guck nach draußen. Ja, ich weiß, dass ihr mich hören könnt, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber wir sind in den Bergen, ganz genau, und zwar in Burdu und haben uns ein Grundstück angekickt, habe da ein 360 Grad Video gesehen und ich zeige euch jetzt mal, wo wir hier sind. So, schaut euch einfach mal um. Genau, so, da machen wir mal eine andere Perspektive, so. Eine andere Perspektive, so. Cool hier, gell? Na, das will nicht. Egal, auf jeden Fall wisst ihr, wo ich bin, da bin ich jetzt eine Weile unterwegs, weil wir fahren jetzt zur Schnellstraße, das letzte Grundstück, was ich mir angeschaut habe, war jetzt nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe. Deswegen habe ich auch keine Aufnahme gemacht. Wie ich schon im Stream gesagt habe, nehme ich euch überall dahin mit, wo ich mir Grundstück angucke, denn ihr wisst ja, ich will mir ja mein Jurtendorf-Projekt realisieren. Und dazu brauche ich nun mal Land. So, und ohne Land kann ich keine Jurten aufstellen und am besten irgendwo zwischen 500 und 1000 Meter. Ja, wie ihr seht, ich bin voll dabei. Ups, da war ein Loch. Und da ich ein bisschen langsamer fahre, fahre ich hier mal rechts ran, weil hinter mir einer ist. Einheimische sollte man vorlassen, damit sie richtig schön rasen können. Ja, genau. Dann habt ihr hier einfach mal die Umgebung gesehen. Ich werde jetzt einfach mal meine Fresse halten. Und ihr könnt euch das hier mal ein bisschen reinziehen, wie schön das hier eigentlich ist. Und obwohl es sehr weit weg ist von Antalya, das sind so etwa knapp 80 Kilometer, ist es aber für das, was ich machen möchte, sehr, sehr, sehr gut geeignet. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch was und wir sehen uns später. Oh.